Musik Gestern wurde ich übgeschossen. Ich wurde von Männern gejagt, die mir den Kopf abschlagen wollten. Ich hatte 28 Feindkontakte auf meinen letzten drei Einsätzen. Aber nichts davon hat mich nur halb so sehr erschreckt wie das, was in diesem Bunker war. Natürlich denkt man, dass sie Monster sind, aber es sind bloß Menschen. Das ist nicht menschlich. Dieser Bunker ist auf keinem Satellitenbild. Ich kann sie gern da hinbringen. Über wie viele sprechen die? Da unten ist eine ganze Armee. Hörten sie alles, was schreit! Mach dich bereit, du scheiß Mutant! Später einmal lächeln für die Kamera! Hör auf mit dem scheiß Kumpel! Hör auf mit dem Äpfel! Hör auf mit dem Äpfel! Vielen Dank.